Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Würste sind uns heute gar nicht Wurst. Ja, Herr Weber, wir haben es gehört, es geht um die Wurst. Was für Arten gibt es da überhaupt? Bei der Produktion unterscheiden wir drei Gruppen. Die Kochwürste sind die, die in der Regel mit gekochtem Fleisch hergestellt werden, wie Schwartenmagen, Streichlebenwürste und im Spätherbst wieder die feinen Blut- und Leberwürste. Dann die Rohwürste, dazu gehören Salami, Salzitz oder die Landjäger. Die werden geräucht oder an der Luft getrocknet. Und schliesslich die grosse Auswahl der Brühwurstgruppe. Wie Servalat, Wienerli, Schweinswürstli oder der Aufschnitt. Die werden geräucht und brüht und einzelne Artikel auch nur brüht. Aber viele Wurstsorten kommen ja schon morgen direkt von der Zubereitung in die Koblen. Wie schaffen Sie das? Mit der Produktion fangen wir morgen bereits um 5 Uhr an. Aha. Was für Fleisch hat es jetzt zum Beispiel in einem Servalat von Gob? Gob informiert Sie hier ganz genau auf der Packung. In absteigender Reihenfolge hat es Rindfleisch, Speck, Schwarten und Schweinefleisch drin. Aus diesem wird ein Brät gemacht. Darum werden die Servalat so fein aromatisch. Herr Weber, haben Sie unseren Zuschauern vielleicht noch einen Tipp? Gerne. Machen Sie aus einem Servalat doch einmal so einen schönen Grillspiess. Einfach die Servalat in den Ruggeli schneiden und zwischen Käse, Peperoni, Tomaten und Siebeln an den Spiess stecken und grillieren. Einen guten? Dankeschön, Herr Weber. Sie sehen, beim Gob-Metzger sind Sie gut beraten. Und jetzt machen wir uns auf die Socken. Auf die Selbergliessmitte natürlich. Bei Gob gibt es jetzt die strapazierfähige Arcana Sockenwolle in zähen Farben und die Arcana Pulloverwolle aus reiner Schuhrwolle. Beide Arcanawolle sind in einer super Wash-Qualität, waschbar in der Waschmaschine und zwar im Schongang. Und das hier ist eine praktische Wohnidee. Diese Studiotecke 150 x 200 cm aus 100% Acryl gibt es jetzt bei Gob in verschiedenen Farben zu einem einmalig günstigen Preis. Und hier noch eine erfreuliche Mitteilung für alle Thuner und Berner Oberländer. Im Gob-Warenhaus Kieburg ist die neue Lebensmittelabteilung jetzt offen. Ein Paradies für jeden Gourmet. Und für alle Gourmet schalten wir jetzt um in die Studioküche zum Gob-Rezept der Woche. Nach dieser langen Sommerpause herzlich willkommen bei uns im Kochstudio. Heute zeige ich Ihnen eine Zwetschgeweihe mit einem Mandelguss. Dabei profitieren wir vom Gob-Frische-Angebot. Der ausgewählte Teigboden im Blech wird mit einer Gabel mehrmals gut eingestochen. 600 g Zwetschge waschen, entsteinen, halbieren und so kranzförmig anordnen. Und jetzt zum Guss. Zwei Eier werden mit 80 g Zucker schaumig geriert. Dazu geben wir 80 g Mandeln, 3 Esslöffel Mehl und einen Teelöffel Backpulver. Und fertig ist der Mandelguss. Nach 40 bis 50 Minuten bei 200 Grad im Backofen ist sie fertig. Zwetschgeweihe mit Mandelguss. Servieren, indem wir sie abgeheilt auf die Zimmertemperatur. Und denken Sie daran, das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung. Eine gute. Das wäre es gewesen. Jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Und achtet Sie noch auf die Aktionen, die jetzt gerade kommen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 1 Liter Sonnenblumenöl, Durina für nur 4,95 g. 170 g Zweifelbombechips Natur für nur 2,20 g. Goldstar Rahmglasse Schwarzwälder 400 g für nur 2,30 g. Zwei Becher Planta Margarine für nur 3,30 g. Zwei Becher Planta Minuskalorie für nur 2,95 g. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Holländer Torte statt 3,90 g nur 3 Franken. Bananen per Kilo nur 1,70 g. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt klassische Herrenhemmle aus 100% Baumbulflanel in verschiedenen Farben und Dessins für nur 13,90 g. Auf Wiedersehen.